Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Zombey. Kann sich einfach nicht entscheiden was er ist. Jetzt ist er wieder ein Chameleon. Wie sollen es die Leute denn verstehen, Zombey? Hallo, ich bin zurück. Meine Mutter hat mich geheilt. Ich war im Pferd und jetzt bin ich ein Chameleon. Welche Maps mögen den Chameleons? Pyramiden. Nein, Zombey. Ja guck, ich tarn mich schon in ganz vielen Farben. Okay, gehen wir in die Pyramide. Manu ist verwirrt. Guck mal, Manu weiß nicht mehr was er machen soll, weil du ein Chameleon bist. Komm her, Manu. Guck, ich tarn mich jetzt braun. Jetzt bin ich ein Pferd. Hä? Er ist ja ein Pferd, Manu. Er ist ein Pferd. Wo? Ja, wo? Da, da, rechts neben mir ist ein Pferd. Warum bist du keins? Ey, ich tausche die Grafik bei mir nicht aus, ne? Bei Manu ist er dann wieder ein Pferd, Leute. Wenn ihr Zombey als Pferd sehen wollt. Ihr am Anfang, die reingewuscht kommt mit Zombey. Und dann kommt ein Chameleon oder ein Pferd. Ja, wenn ich will, ich werde dir wieder ein Pferd und sind alle verwirrt. Verwendest du eigentlich noch meinen Wusch oder kommt ein anderes Wusch? Dein, genau. Das hast du einmal verwendet hier alles mehr. Das, darüber würde ich mich freuen. Nee, dafür ist dein Wusch einfach zu kacke. Zu unauthentisch. Wusch. 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 Leute, ich hab ne Lust. Ja, lasst es verbinden, komm. Lasst es doch so machen. Ja, lustig. Ja, jetzt schafft man es ja gar nicht mehr. Ja, nee, da mache ich nicht. Ja, okay, dann. Hä? Guck mal, du kannst es da dran kleben, da war kleben. Oh. Ich weiß. Was ist das denn? Ich auch. Ich auch. Oh Gott. Hilfe. Okay, wir nehmen aber den Weg. Sonst wäre es unfair gegenüber. Schönen, let's play. Wie springt man? Ich weiß es. Maudado, wir springen nicht. Leertaste. Oh, ich hab's. Ey, warte mal mir auch dazwischen. Ach, Maudado. Aber ich warte rüber. Ich hätte es doch an meinem Teil sterben können. Nee, nee, nee. Ach, Mann. Ich bin einfach in Streifand gerannt. Los, Zombie. Ja. Oder ist es gar nicht Zombie? Ist es ein Chameleon? Lol. Er bekommt die Falle. Genau. Ja. Hä, durch was denn? Weil du zerquetscht wurdest? Ja. Wahrscheinlich. Mach unten zu, Zombie. Okay. Ja, und dann? Ja, dann müssen wir oben durch. Kommen wir nicht mehr durch. Wow. Schade, das haben wir jetzt leider mitbekommen. Ey, die Portalpranks funktionieren bei mir nicht. Okay, da drunter. Ja, das war eine coole Runde. Ey, nein, das. Ein kompletter Hass. Jetzt macht das. Nein. Jetzt geht's wieder. Ja. Oh, nein. Oh, die Falle kommen ja raus. Ja. Was macht denn fast? Warte. Nee, das trau ich mich nicht. Ey, wie geil wäre das, wenn das da unten durch das Golfloch gehen würde. Warte. Warte. Das schaffst du schon. Das schaffst du. Oh Gott. Ich schaff das. Wenn der Terminitsplay sagt, ich schaff das, dann schaff ich das auch. Wusch. Ach nee, ich schaff das nicht. Ja, ja. Guter Ansatz, guter Ansatz. Jetzt. 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 Ja, jetzt. 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 Ja. Na ja, nochmal zermatschen, Alter. Ich hätte auch das Portal nehmen sollen. An der Dorni. Ja. Wuff. Jetzt schon. So. Jetzt ist gut. Hä? Ich habe der Stacheldraht gemacht. Ach so, da. Hey, nein. Jetzt kann ich ja bitte ihn beendrücken. Wie knapp du daneben liegst. Ja. Das ist ja unglaublich. Ach Maudado. Warum zerstörst du deine eigenen Parts? Warum zerstören? Nein, du nimmst mich jetzt mit, Zombie. Komm. Okay. Ich habe das hier nicht gebaut, ja? Ja doch. Nein. Warte, bis die Tür wieder da ist und du hüpfst gegen die Tür, um hochzukommen. Ja. Ja, genau. Okay. Geht jetzt nicht genauso oft, dass es nicht geht. Jetzt. Fast. Und jetzt. Nee, es war zu früh. Wow. Danke, Zombie. Ich wollte dir nur helfen. Danke. Ich bin einfach ein Millimeter daneben. Oh. Menü, traurig. Oh. Weg mit dem doofen Ding. Wow, dem habe ich es gegeben. Ja. Oh, das ist cool. Oh. Jetzt müssen wir da echt lang, oder was? Oh, lol. Nee, nee. Maudado hat es weggedreht. Ich glaube, jetzt kommen wir alle ins Ziel. Oh, ist da irgend so ein Verrückter stirbt. Oh, Mann. Also. Yes. Oh, ja. Ich bin hier zu. Stande über mich. Ander Hühnchen. Ander. Ach, ich denke, ich kann mal. Ander Hühnchen. Ich sollte mal umbenennen. Ander Hühnchen. Ander dem Hühnchen. Ander dem Hühnchen. Nein, was macht der da? Nein. Nein. Nein, es ist noch mehr. Ja, dann kommen wir da nie mehr durch. Ja, doch. Kommen wir doch. Hey, cool. Ich lebe. Ja. Menü, ist der Winner. Oh. Oh. Das schafft er. Kommt schon. Ui, ich dück mich, ich dück mich. Du dückst dich? Ich dück mich. Nein. Auf ins Ziel. Punkte für euch. Ja, Punkte für mich. Danke, Zombie. Was macht der denn? Zombie droht. Ja. Ich wollte, dass ihr mehr Punkte habt. So. Jetzt werdet ihr angeballert. Ja. Das wird böse. Das wird wirklich böse. Au. Au. So. Was mache ich jetzt, Modano? Er springt durch. Richtig. Ja. Ja. Wuhu. Ja, Sulu schafft. Menü, Menü. Let's play. Ja. Ja, falle, falle, falle. Falle, falle, falle. Falle, falle, falle. Bombe. Keine Bombe. Wer will denn bomben? Holz. So. Ich rette mich jetzt. Was hat er gemacht? Der hat bestimmt noch ein Portal hingesprengt. Hingesprengt? Hingesprengt, ja. Oh, das Brett wird uns alle aufhalten. Ja, das ist echt sehr gut. Alter. Und jetzt? Lol. Nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein Såmbae du schaffst das Just 말 né? da das Kamelion kann alles Los Kamelion los. Ja. Ja schaff das. Kamellion power. Fall novelneu거oll Sambae willst du wechseln aufs Pferd? Haaheh. Ich bin ein Pferd, ihr seht das alle nur falsch. Ich bin so ein gutes Chameleon, dass ich selbst als Pferd ein Chameleon sein kann. Gehen wir doch einfach... Mach gar keinen Sinn. Wohin? Nochmal Pyramide? Äh, nee. Obwohl? Obwohl? Gehen wir doch am besten zum Eisberg. Ja! Oder doch zur Fahrstuhlwetter. Pyramide? Oh, ich wohne gerade weg. Hallihallo. Und jetzt mit dem Pferd. Abpferd. Wollen wir wieder einen Wegen bauen? Ja. Oh. Oh, was mache ich jetzt? Das ist lustig. Ich glaube, ich lauf einfach hier lang. Nein! Ich hab's geschafft. Ich bin cool. Ich tanze, ich tanze, ich tanze. Ich tanze, ich tanze. Er ist da! Ich tanze. Nein! Lauf doch! Och. Erz, erz, erz. Was ist das für ein modisches Pferd? Ja, das trägt einen Zylinder. Wow. Wo hat der das Geld? Ich verkaufe Fässer. Oh. Cool. Loll. 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 Ist schon beides dran. Aber es bringt nichts. Scheiße. Oh. Wee. Ja. 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 Los, Leute. Mann, ist das schwer. Kommt da jetzt etwas von oben? Ja. Aber genau in dein Gesicht. Modano? Nein, du hast nicht wirklich die scheiß Münze mitgenommen. Er hat gepragt. Ich hab's geschafft. Das war die letzte Runde. Nein, German Let's Play macht Schluss. Ja. Oh, guck mal, dein Portal. Damit kann man bestimmt lustige Sachen machen. Aha. Oh, stell sie doch ins Iglu rein. Da sieht man sie nicht. Ach, wir sehen ja so nicht. Ich seh die. Hä, wie bist du runter? Oh. Alter, nice shot, Manni. Nein. Tschüss, Leute. Alter. Zweimal besonders. Ja. Los. Lebst du noch? Ja, ich bin im Ziel. Du wachst bei mir. Nee. Keine Ahnung, ich bin nicht durchgekommen. Ich wollte dir nur nicht die ersten Punkte gönnen. Falle. Falle. Ja, wie nur? Hätte ich das lieber unten rein gemacht. Ja, genau, Manu. Weißt du? Nein, nein, guck doch, sieh vorab. Nein. Kann man die Puckdinger überhaupt umlenken? Ja, warte, das geht. Vertrau mir. Doch, pass auf, damit. Okay, wenn die nicht umgelenkt werden, dann werden sie hier hinten gestoppt. Okay, ja, das ist ganz am Ende wird's gestoppt, Mensch. Ui. Geht's? Nee. Nee, ach, zu weit weg. Nee, nee. Die Puckdinger können nicht gelenkt werden. Die Puckdinger können halt nicht gelenkt werden. Ja, ich schwöre. Ja. Hä? Ich hab mich auch gebackt. Ach so. Deine Mama hatte erst Geburtstag, das darf nicht. Hä, ich hab auf Manu gesagt, nicht auf Manu. Auf Manu? Aber dafür wird das hier davon geprankt. Außer hat's haben wir zerstört. Oh, da ist ein Fließband auf der richtigen Weg. Ich hab gedacht, der Puck erwischt mich. Ich hab gedacht, das ist das Ende. Nee, nee, keine Angst. Ich hab das Leben an mir vorbeiziehen sehen. Oh, ein Portal. Oh, nein. Wo mache ich mir das dann am besten hin? Kannst du mich am Arsch? Hä, wo? Wo genau? Am Arsch. Hä, das Portal geht ja gar nicht an. Ui. Warum ist das nicht an? Du hast es doch gesetzt. Doch, ist es an. Oh, mir war das nicht. Wackt das Portal schon wieder? Alter, Alter. Mann, das ist so easy für uns. Modal, wir haben es alle gesehen. Nein, nein. Kann die einen eigentlich treffen? Ich rutsche ab. Ich denke, er weniger. Ich glaub, ich mach hier unten mal Stahldraht hin. Oh. Oh. Ui. Guck mal, wie da links alles ist und das gar nichts ändert. Ui. So eine Scheiße hier. Oh Gott. Mordado wurde von dem Teil gerettet. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir sind schon wieder alle im Ziel. Wow. Sind wir gut? Nee, wir sind einfach hier. Damit hängt es zusammen. Mit was denn sonst, Manu? Ja, keine Ahnung. Oh, guck mal. Ich mach Eis aufs Eis drauf. Hä? Zack. Oh, nee. Da oben kann ich nicht mehr. Dann hier. Das ist gut. Alle da rein. Keiner hat Angst vor dieser scheiß Blume. Ah. Deine Falle hat funktioniert. Ja. So, Leute. Das ist doch schwer. Das könnt ihr nicht schaffen. Punkte. Nein. Nein. Ja. Ja. Ja, es war schon die ganze Zeit easy. Nur dann, dann, weiß ich nicht. Das ist einmal nicht ge... Äh. Hier. Bringt das überhaupt was? Keine Ahnung. Die Pfeile werden auf jeden Fall jetzt durch die Schwerkraft gedreht. Hä? Die... Ach, das Portal ist bei mir verbuggt. Oh. Nein. Alter. Alter, die drehen sich. Das Portal ist... Einfach bei mir verbuggt. Warum will sich keiner die... Oh. Manu, da hast du Münze, gell? Ja, ist aber nicht so viel wert wie, äh, es zu schaffen. Nein, nein, nein. Doch, Manu, Manu, versuch's. Nein, nein, nein. Versuch's. Du hättest jetzt schon gewonnen. Oh, Manu. Du hättest jetzt schon gewonnen. Oh. Ja. Ja, gut. Dann schaut bei den anderen vorbei. Zum Beispiel das ultimative Kein Münzenschaf. Und, äh, das Pferd. Das Pferd ist jetzt auch dabei. Lol. Lol. Tschüss. Tschüss.